mit zwei addons zum nicht verlieren eine regenbogen karte das regenbogen ich meine hier neumann bouquet dann noch weiße abwehr zum let's play mit antics und mir wir suchen jetzt die luke ich bin tot ich hab's knallen lassen und er ist hier ja ich bin direkt hier sind alle alle hier ja ich hab's verkackt ich hab 19 frames was ist denn jetzt los ich hab drei wo der ist ja da ja mr killer was tun wir jetzt wieder versucht mich zu treuen wer ist denn eigentlich noch kettensäge ich hab's doch schon gehört auch jetzt pack dich in der vorbei also wenn du willst kannst du sie auch spüren lasst mich doch nicht alle alleine der ist mit antics beschäftigt ich schlage dir alles aus euch alles da alles da ich hatte ihn aber fertig ich hatte ihn leider nicht so beeindruckt wieso bringe ich immer jeden um ich hätte gehen sollen naja egal er bringt mich in den keller ja das ist doch der totale scheißstart schon wieder du musst mich wahnsinnig lieben ja geh doch da weg junge und endlich zack unknown bekommt auf die fräse nein don't do this ich ich klem am killer unknown hat selbstheilung wieso geht jetzt runter zu dir und lasst was das leih hat allerdings genug ressourcen frei mich zu retten bevor ich kämpfe ich lege ihn ab hat ja super geklappt ja mein ich alles klar es ist doch ich hab doch schon wieder ihren luch gerade das hat sich angehört als würde der holz deswegen hat doch ein bisschen die wand getroffen das wäre das unrühmlichste ende dieser folge dies hätte geben können eigentlich immerhin habe ich wieder meine 30 frames ich hoffe dass das kämpfen backt jetzt nicht nicht sterb einfach ich würde heulen ganz ehrlich ganz ehrlich ich laufe vor bleib hinter mir jetzt jetzt geh laufe leufe leufe nein da konnte man nicht lang ich hab's nicht gesehen alles klar das war das unrühmlichste ende dieser folge dies hätte überhaupt nur sein können und ich bin doch nur leicht angepisst Sobald wir uns etwas vornehmen, ja? Ja, ohne Witz. Okay, spiel, wie du willst. Ja, nimm mich. I don't care. Bam, wie schmeckt denn das? Strike... Okay, ich werd jetzt richtig unvorsichtig spielen, damit ich auch bei mir... ...bald sterbe. Ach quatsch, ich kann dir jetzt zugucken. Ist auch gut. Oh nein! Was? Bitte was? Unendliches Lack war das. Ja, die macht es mit mir. Ohne Spaß. Verdammt. Ich will jetzt aber wirklich nichts riskieren. Scheiß auf Killerbetäubung. Nice. So. Der ist weg. Ne, doch nicht. Okay, den hab ich mir gegönnt. Ja? Ganz ehrlich. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ach verdammt. Hütte. Hilf mir. Ja, mach Kärtensäge. Los. Ach man, der Typ kann nämlich mal. Oh, da ist ne Kiste. Hast ne Regenbogenkarte und du interessierst dich für ne Kiste. Das gibt Punkte. Das war jetzt nicht schade, hör mal. Das ist jetzt zu spät. Na gut, bei drei Frames war das immer noch ne Glanzleistung. Ähm, falls du noch n... Lol. Das ist ein Witz. Das ist nicht dein Ernst. Wo bringt der mich hin? Da war doch ein Haken, Dude. Okay, dann wickel ich mal. Weil's dir auch was bringt. Ja. So, die haben jetzt nen Generator. Okay, der ist... Der ist... Ich glaube, der ist so kurz vor fertig, der Generator. Das Problem ist, ich hab so gut wie keine Paletten mehr. Die hast du. Und Lastelei und Unknown? Unknown kriegt auf die Fresse. Du hast also Zeit und Lastelei macht jetzt den... Unknown ist so ein Vollposten gerade gewesen. Der rennt zurück zu dem Generator und den Lastelei gerade machen will. Ach, das war ne extrem blöde Aktion. Was ist denn das jetzt, was man gesehen hat kurz? Na, das war meine... Karte. Dude, ich hab ähm... Totems gesehen. Und Blue Kunz. Killereigentum und... Den Killer höchst... Persönlich grad. Sieß. Ich seh den nicht. Jetzt rennst du direkt zur Lastelei. Haha. Na gut, du konntest jetzt aber nichts machen. Ach, verdammt. Ich renne da jetzt hier. Oh, no. Da... Okay. Hey, Lastelei rennt direkt zum... Unknown. Hängt sie ab. Perfekt. Sollte ich noch gleich heilen, aber es ist... Nun, naja. Jetzt heilt Lastelei Anon. Hat Bild schon in deine Richtung geschickt. Also guck in deine Richtung. Ich glaube, sie wird dich gleich... Anon ist so kurz davor, um geheilt zu sein. Das ist jetzt richtig ärgerlich. So, sie kommt zu dir gerannt. Sollte ich ganz schnell den Generator machen gehen. Lastelei rennt zum Generator. Was tut der Killer? Hebt er sie auf? Nee, oder? Nee. Aber ist noch bei Unknown. Jetzt hebt er sie auf. Okay. Egal. Okay. Heimlich nicht. Was du da jetzt beim Ausgang? Aber jetzt hältst du die Liste vom Ausgang ab und in die Willrichtung Anon. Okay. Äh... Ich nehm den Ausgang. Lastelei will anderen helfen. Aber es ist immer sinnvoll, einen Ausgang aufzuhaben. Auf jeden Fall. Dann wohl war der andere Ausgang. Übelst krass. Sie hat Vorwarnung auf 1 und dann hat sie die Katze. Selbstfürsorge. Und hier gemeinsam sind wir stärker auf 3 jeweils. Alles lila. Aber eine Vorwarnung auf grün 1. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nein. Lastelei ist an der Luke. Er ist hier. Killer ab. Oh, das ist doch scheiße. Palette? Das ist keine Palette. Ist irgendein Ausgang schon offen? Lastelei macht deinen jetzt auf. Aber traut sich nicht. Weil der Killer hinter Lastelei ist. Du hast Zeit. Okay. Ich bin beim anderen. Oh, Lastelei hat einen Fehler gemacht. Unknown hat einen Offen. Nein, mein ich bin fast fertig. Geh. Ich habe, um ehrlich zu sein, etwas Angst. Verstehe ich. Das Problem ist, du machst Soundstills, als ob du verletzt wärst. Hä? Ach ne, das ist näher. Wie kann der sich bitte drehen? Egal. Schöne Karte. Ach ne, du hast hier den weißen Abfahrt drin. Ja. Alles klar. Verdient Rang 20 wieder. Oh, der wird wieder zugefangen sein. Absolut sinnlose Runde. Damit, na ja. Na gut. Dem Zuschauer wird jetzt auch nicht viel gebracht. Um zugeschaut zu haben. Schön, dass er trotzdem da warst. Aufhören? Da hat's nicht viel. Straß. Überrasch. Es geht zum Busch. Schöne.